Guten Morgen alle Rohreggä-Fans hier. Andrew Murphy, der dritte Tag des Rohreggä-TV. Ich bin hier auf einem sehr großen Platz. Ich habe keine Ahnung, ich war nie hier in meinem Leben. Florian, wo sind wir hier überhaupt? Ja, wir sind hier auf dem Campsite des Rohreggä in Dortmund-Wischlingen. Und hier wird sich ein Großteil der Festivalbesucher den halben Tag aufhalten. Hier in Dortmund ist alles easy. Hier darfst du mit dem Auto reinfahren, Auto parken, direkt dahinter dein Zelt aufschlagen. Ganz entspannt hier. Das ist Rohreggä Dortmund. Wir machen alles. Der kurzeste Weg. Okay, ab wann wird hier aufgemacht? Wenn alles glatt läuft, ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr sind die Tore offen und wir freuen uns. Ist es einfach, diesen Platz zu erreichen? Super einfach. Mit der Bahn sind es 500 Meter entfernt. Der Bus hält noch näher. Mit dem Auto, wie gesagt, von beiden Seiten zu befahren und dann einfach drauf. Also entspannter geht es nicht. Mit dem Zug kann man die S2 nehmen nach der Stelle Dortmund-Wischlingen. Und da gibt es auch Tagestickets in der Kasse Ost. Da kann man Tagestickets oder Tickets für die komplette drei Tage holen. Und für die Maincamping und Greencamp, das ist die Kasse West, wo man hingehen muss. Und da nimmt man den Zug zum Dortmund-Huckader. Oder mit dem Bus, die Linie 461 nach Huckader-Besirksfriedhof. Und da ist man direkt da und kann ganz ruhig hier hinlaufen. Es ist gar nicht weit. Es ist nur, dass Wischlinge Park verdammt groß ist. Also kommt so früh, wie es geht. Die Anfahrt ist super, super, super easy. Und für alle mit Navi im Auto, bitte gib mal ein, für die Maincamping und Greencamping, gib mal ein Wischlingeweg 60 in 4469 Dortmund. Oder für Familie und Caravancamping und Tagestickets. Bitte gib mal Höfgerstrasse 12 in 44149 Dortmund. Und dann kommt man direkt hierher und kein Problem eure Tickets an euer Campingplätze zu finden. Pack eure Sachen zusammen und komm auf Rohrregge-Summer Dortmund. Wir warten auf euch.